Hallo, mein Name ist Michael Kuttnig und ich habe heuer die große Ehre, in dem Stück Das Wirtshaus im Spessart beim Theater am Fluss, die Rolle des Spiegelbergs, zu übernehmen. Das ist der zweite Hauptmann der berüchtigten Räuberbande, der allerdings ziemliche Tendenzen zur Machtübernahme zeigt. Wir spielen vom 15. Juli bis zum 14. August Theater am Fluss in Steyr. Würde mich freuen, euch hier zu sehen. Untertitelung des ZDF, 2020